...daran ist, dass das lyrische Ich nicht Mr. Jones ist, sondern ein anderer, der offensichtlich ebenfalls verheiratet ist. Me and Mrs. Jones. Und die trefft sich jetzt jeden Tag im Halbsehen mit dem Kaffee, um da ihr Trauerstück zu halten. Aber eigentlich zerreißt sie es innerlich. Aber sie bleiben trotzdem den ganzen Tag verheiratet und treffen sich nur im Halbsehen mit dem Kaffee. Me and Mrs. Jones. Kaffee 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 Und dann kommt die Möglichkeit, dann versucht man, die eine Frau mit dem Mann zu bieten, und dann kann man sie jetzt mitnehmen. Das Stück heißt, dass wir heute auch noch Big Spender, also große Geldgeber, große Ausgeber, eine der noch mal im Journal-Basen bekannt geworden ist, Big Spender, ein Teil der Sprecher. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020